52 beste Bücher Wie er einmal gesagt hat, ungeliebten Beruf des Mediziners gar nicht erst richtig ergriffen, sondern ist literat geworden und zwar offenbar nicht zuletzt deshalb, weil er in einer extremen Armut, wie er das selbst genannt hat, aufgewachsen ist, nachdem sein Vater früh gestorben ist und die Familie eben in dieser Armutssituation zurückgelassen hat. Kobo Abe war jahrelang Kandidat für den Literaturnobelpreis und als dann vor ein paar Jahren Ken Saburo Oe den Nobelpreis bekommen hat für Literatur, hat er auf seinen Kollegen Kobo Abe, der damals schon gestorben war, eigentlich rückwirkend gemeint, Kobo Abe hätte ihn verdient. Also ein bedeutender Mann, ein bedeutender Literat aus der japanischen Literatur, aus der Moderne muss man beifügen. Hier wäre ich eigentlich schon beim Anfang, Sabine Haupt und Urs Widmer, das Buch Die Känguruhefte, in meinem Satz gesagt, die letzte Reise, vermutlich letzte Reise eines sehr skurrilen Erzählers, der eines Tages entdeckt, dass ihm Kresse aus den Beinen wächst. Diese Reise führt über ganz verschiedene Stationen und offenbar eine Art symbolische Reise eben in den Tod. Fluss kommt vor, Todesfluss, Acheron und so weiter. Also dieser Roman von Kobo Abe, Die Känguruhefte, kommt mir nicht japanisch, sondern sehr, sehr europäisch vor. Sabine Haupt. Ja, ich glaube, das ist durchaus zu Recht. Vielleicht sollte man das auch am Anfang sagen, um keine Missverständnisse bei unseren Hörern und Hörerinnen jetzt zu bewirken. Also Kobo Abes Romane nehmen wohl eine große Sonderstellung ein innerhalb der japanischen Literatur. Denn wie gesagt, Oe hat sich ja auf Kobo Abe berufen, ausdrücklich als Vorbild. Aber man könnte vielleicht sagen, dass diese Literatur mit der Literatur von Mishima oder von Kawabata wirklich kaum etwas gemein hat. Also es gibt keine Samurai-Romantik. Die Kritik am modernen Japan kommt sehr viel leichtfüßiger daher, als das bei diesen Autoren der Fall ist. Und es fehlt auch diese schwüle Erotik oder die Verherrlichung der Männerfreundschaft, die also für mich die Bücher von Mishima zumindest zum Teil doch schwer erträglich machen. Und Vorbild für Kobo Abe ist wohl doch eher die europäische Moderne des 20. Jahrhunderts. Also Kafka, die Surrealisten, auch Sartre wohl doch etwas. Und das spürt man sowohl bei der Auswahl der Themen als auch bei den Motiven. Und bis in die Sprache hinein scheint mir doch diese Tradition viel eher präsent zu sein. Bleiben wir mal vielleicht bei der Auswahl der Themen und der Motive. Wir haben gehört vorher, einem Mann wachsen eines schönen Morgens irgendwelche Kräsesprossen aus dem Bein. Er geht zum Arzt, nachher folgt eine Reise ins Irreale, Surreale, Absurde, wie wir auch immer wollen. Und wenn wir es einmal im Jahr brauchen dürfen, dieses abgegriffene Wort, hier möchte ich es eigentlich doch jetzt benutzen, Urs Wiedmer, mir kommt das sehr Kafka-esk vor, diese Situation. Dieses geworfenen Menschen, der eines Tages sich in einer absolut absurden Situation findet und dann läuft etwas mit ihm ab, über das er sozusagen keinen Einfluss mehr hat. Zweifellos bezieht sich Abe sehr stark auf Kafka. Das Buch ist ja die Beschreibung eines Albtraums, eines Traums vom eigenen Tod. Und ich denke, das Buch bezieht eine gewisse Affektivität daraus, dass Abe danach wirklich gestorben ist. Es ist ein bisschen, als hätte er den Schrecken des eigenen Todes vorausgeträumt. Und das berührt den Leser natürlich. Andererseits. Erzähl ihn nicht, ruft Estragon in Beckets warten auf Godot, als Vladimir ihm sagt, er wolle ihm seinen Traum erzählen. Erzähl ihn nicht, natürlich erzählt ihn Vladimir dennoch. Er ruft aber, erzähl ihn nicht, weil die Träume von anderen in der Regel auf uns keine affektive Wirkung auslösen. Ganz einfach, weil wir das Referenzsystem der Requisiten des Traumes nicht nachvollziehen können. Ein bisschen davon ist in diesem Buch auch zu finden, meine ich. Es ist ein Traum, der erst noch auf einem Einfall beruht. Nämlich, der Einfall ist, ein Mann wacht auf und ist voller Kresse. Etwas Schrecklicheres gibt es zwar nicht, aber a priori mal ist es ein Einfall. Und ich denke, dass die Einfälle in der Literatur etwas sehr Gefährliches sind. Literatur, die auf Einfällen berührt, berühren uns weniger, weil wir den Einfall in seiner Affektivität nicht ganz nachvollziehen. Und ein bisschen, denke ich, krankt auch dieses Buch daran, wenn Sie von Kafka reden, dann denken wir sicher zuerst an die Verwandlung, die auch auf einem Einfall beruht. Nämlich, einer wacht auf und ist ein Käfer. Und wenn ich Ihnen jetzt ein Geständnis mache, jetzt wo wir unter uns sind, es ist just die Erzählung von Kafka, die ich am wenigsten mag. Genau aus diesem Grund. Die Notwendigkeit eines Albtraums ist in anderen Büchern von Kafka viel sicherer und viel stärker gelungen. Und daran, an dieser Einfallhaftigkeit krankt ein bisschen auch Kobo Abe. Wenn wir vielleicht bei diesem Vergleich bleiben und trotzdem wegkommen, weil wir wollen jetzt vielleicht auf Abe zusteuern und auf sein Buch. Etwas, was ihn und diese Fabel fasst, unterscheidet von Kafka, ist der Humor, der Witz, das Skurile. Das ist eine Stärke für mich dieses Buches, dass ich diesem Mann auf seinem Weg zum Arzt, zuerst zum Dermatologen, der kann ihm natürlich nicht helfen, schickt ihn dann aber in eine Schwefelgrotte. Der Mann fährt dann mit einem Bett, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, zu Hause, was die Literatur heute noch alles schafft. Das Bett fährt allein. Der Mann merkt plötzlich, er kann mit dem Kopf das Gefährt steuern. Und da plötzlich wird es auch witzig und aberwitzig nicht. Und all die Stationen, die er nachher dann erlebt, haben ja immer nicht nur dieses Unheimliche. Hölle kommt vor, es kommt ein ganz eigenartiger Amerikaner vor, der sein Unwesen in Japan treibt. Also es ist immer sehr skurril, sehr witzig und sehr lustig. Und neben diesem dunklen, unheimlichen reizt mich diese Figur, dieses Kresse, Mannes eigentlich immer auch zum Lachen. Ja, also gerade die Sache mit dem Bett, das ist natürlich das Requisit, was am meisten Komik hervorruft im Buch. Also ich denke nur an die eine Stelle. Komik entsteht ja oft dort, wo der Held in irgendwelchen grotesken Missverständnissen sich befindet mit seiner Umwelt. Also gerade auch, was die Sexualität angeht, wo er also irgendwie diesen Ansprüchen nicht ganz genügen kann. Und es gibt eine Stelle, wo das auch fast in die Sprache ein bisschen mit hineinfließt, wo also die Sprechstundenhilfe, in die er sich dann im Lauf des Romans verliebt, mit dieser Sprechstundenhilfe eilt er durch die unterirdische Schwefelhölle. Das Bett fährt irgendwie dahinter her. Und dann heißt es, es ist doch ein wunderliches Bild. Man sieht ein fliehendes Paar verfolgt von einem mobilen Bett. Also das ist einfach grotesk. Das ist schon wunderbar, auch als Karikatur dieser besonderen Liebesbeziehung. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf das zurückkommen, was Urs Wittmer eben gesagt hat. Also diese Sache mit der vielleicht Überdeutlichkeit des Einfalls. Also ich habe mich bei Kobo Abe gefragt, also gerade bei diesem Roman, inwieweit er als Metaparabel lesbar ist. Also als Parabel über das Parabolische oder auch als Pseudoparabel. Das heißt also, ob dieser Einfall tragend ist und wenn er nicht tragend ist, warum das so sein könnte. Denn in anderen Büchern von Kobo Abe gibt es ja auch dieses Spiel mit Bedeutung und Symbolen. Aber ich habe das als etwas diskreter, vielleicht auch als eleganter in Erinnerung, wie das hier ist. Hier ist es doch zum Teil sehr plakativ. Und in den anderen Büchern ist es zum Teil diskreter, aber gleichzeitig auch eindeutiger. Denn die Hintergründigkeit der jeweiligen dort dargestellten Geschichte verdichtet sich dann im Lauf der Erzählung zu einem doch sehr tragfähigen, semantischen Netz. Und ich glaube, das ist hier nicht so sehr der Fall. Also in dem Roman Der Schachtelmann, da geht es um einen Fotografen, der in einer Wohnschachtel lebt. Also er hat einen Kühlschrankkarton und sich dort einen Seeschlitz reingeschnitten und lebt aus diesem Karton heraus. Also da geht es um Sehen und Gesehenwerden, um die Zerbrechlichkeit der Privatsphäre und so weiter. In seinem frühen Roman Die Frau in den Dünen, dort gerät ein Insektenforscher in eine Sandmulde hinein, in eine Falle, kommt dort nicht wieder heraus. Also dort geht es mehr so um das Annehmen eines Schicksals und so weiter. Hier in den Känguruheften geht es meiner Meinung nach um all das, aber gleichzeitig auch nur um vieles anderes, um Tod und Verwesung, um Natur und Kultur und so weiter. Und ich habe das Gefühl, also wir haben ja eben von Kafka gesprochen, dass man hier, man könnte hier so verfahren wie in so klassischen spekulativen Kafka-Interpretationen, wo man dann versucht, irgendwie theologisch-mystische Dinge oder politische und philosophische Parabeln in den Text hinein zu interpretieren. Das macht dann auch viel Spaß. Also gerade bei der Kresse habe ich mich gefragt, kann man diese Kresse da am Schienbein des Helden vielleicht lesen als die Rückkehr einer unterdrückten Natur? Also, und dann habe ich mich wieder gefragt, die Kresse könnte auch Sinnbild sein für die Verwestlichung des Helden. Also der erwähnte Amerikaner wird als sehr behaart dargestellt. Und die Behaarung ist anscheinend so Bestandteil dieser vitalen Westlichkeit. Es ist immer die Rede auch von Testosteronüberschuss. Aber dann werden diese ganzen Zeichen wieder aufgelöst. Denn es gibt gleichzeitig am Ende des Romans einen behaarten Japaner, der gleichzeitig impotent ist. Oder die schräg stehenden Augen der Mädchen werden plötzlich einmal zum Zeichen für Trauer und zum anderen für Zeichen von Glück. Das heißt, letztlich bleibt für mich dieses ganze parabolische Geflecht unendlich offen, unendlich unentschieden. Und zwar in seiner Vielseitigkeit eigentlich über das hinaus, was man gemeinhin so an Vieldeutigkeit eines Symbols sehen kann. Aber wenn wir die Deutung dieser Geschichte jetzt mal ein bisschen ruhen lassen und uns an die Geschichte halten, dann hat sie doch einen unglaublichen Reiz und ist sie doch trotzdem, obwohl sie sehr auffällig ist als Einfall, wie Urs Wittmer sagt, ist sie doch ungeheuer potent. Denn diese Art und Weise, die Reise mit diesem Mann in seinem Bett mitzumachen, er hat übrigens die Kleider beim Dermatologen gelassen, er ist also nackt in diesem Bett, er kann überhaupt nirgends aussteigen, er steigt dann mal aus und dann passiert prompt ein unangenehmer Zwischenfall in einem Kaufhaus. Aber diese Reise ist so kurzweilig für mich, das Abwechslung der Szenerien, es kommt ein Kaufhaus vor, es kommt ein Fluss vor, es kommt eine Höhle vor, eine Grotte vor. Schon das allein hat mir großes Vergnügen gemacht und jetzt möchte ich was ganz anderes reinbringen. Ein bisschen hat es mich auch an einen Comic erinnert. Und zwar deshalb, weil das eine Bilderfolge ist, nicht? Also da, glaube ich, liegt eine ganz starke Seite dieser Parabel im ganz Realen, wenn man das Wort Real hier überhaupt brauchen darf. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dieses Buch wirklich als Comic zu lesen. Es ist eine Geschichte, die sich ja fast ausschliesslich im Dunkeln abspielt, in irgendwelchen Untergründen. Und der Acheron, der Todesfluss, fliesst auch unter der Stadt in etwas wie Abwasserkanälen. Ich denke tatsächlich, da ist eine holzschnittsartige Comic-Dramaturgie am Werk, die vielleicht als Comic in der Zeichnung mehr interessierten könnten als hier. Tatsächlich ist es sehr angenehm, wie Sie sagen, Herr Ruess, diese Leichtigkeit, der Witz dieser Geschichte. Das habe ich auch als sehr angenehm und erleichternd empfunden. Aber da wir ja sowieso von Kafka nicht wegkommen, möchte ich nur eine einzige Bemerkung zur Ehrenrettung von Kafka sagen. Nämlich, die Kafka-Rezeption ist bei uns meiner Meinung nach zu schwergewichtig. Der Autor gewinnt sehr dazu, wenn man ihn als das liest, was er auch ist. Nämlich mit einer eingebauten, leichten Witzigkeit in seinen scheinbar schrecklichsten Szenen. Wir wissen ja, dass Kafka beim Vorlesen seiner eigenen Texte manchmal aus dem Lachen nicht mehr rauskam. Wir wissen es leider nicht von Kobo Abe. Aber es ist anzunehmen, dass er auch das heiter las und nicht schwer. Es ist, glaube ich, höchste Zeit, uns eine kleine Szene anzuhören aus diesem Roman, die Känguruhefte von Kobo Abe. Die Szene stammt aus dem ersten Kapitel. Wir haben eben erst erfahren, dass der Held erwacht, diese Kresse, langsam aus seinem Bein sprossen sieht, dass er zum Dermatologen kommt. Und nachdem er beim Dermatologen gewesen ist und dieser ihn wegschickt, findet sich der Erzähler in diesem Bett, in diesem automatisch funktionierenden Bett, auf der Straße wieder. Peter Kner liest uns diese kleine Episode vor. Das Bettgestell ist unglaublich massiv und entsprechend schwer. Und da die Räder einen kleinen Durchmesser haben, ist eigentlich nicht zu erwarten, dass es gut rollt. Doch einmal in Bewegung scheint es nur sofort zu segeln. Vielleicht wird es nicht von mechanischer, sondern von psychischer Kraft angetrieben. Nein, nein, kleiner Scherz. So senil zu glauben, dass Geist Materie ersetzen könnte, bin ich noch nicht. In bestimmten Fabriken setzt man zum Transport schwerer Materialien neuerdings ja auch Luftkissen ein. Das Bett ist ein Fabrikat des weltbesten Krankenhausausrüsters der Firma Atlas. Funktion durch Präzision, keine Massenware, ein voll ausgestattetes Modell mit elektrisch stufenlos höhenverstellbarem Kopfteil, bei Stromausfall bis zu 16 Stunden auf Batterie, mit funkbetriebener Warnanlage am Kopfende und für den Notfall automatisch arbeitender Sauerstoffmaske. Komisch allerdings, dass ich so genau über Krankenhausbedarf Bescheid weiß. Ich muss mir das entweder alles einbilden oder aber, was viel schlimmer wäre, vergessen haben, einmal Vertreter für medizinische Geräte gewesen zu sein. Was soll's, das ist jedenfalls ein Atlasbett und es besitzt die Fähigkeit, sich auf meinen Willen hin in Bewegung zu setzen. Mit der Steuerung ist es nicht so weit her, von der Geschwindigkeit ganz zu schweigen. Nur sehr schwerfällige, grobe Manöver sind möglich. Vielleicht bin ich auch noch zu unerfahren in der Übertragung meines Willens auf das Bett. Mit ein wenig Gewöhnung kann ich vielleicht die Richtung besser bestimmen und auch die Geschwindigkeit regulieren. Ich verlasse die Praxisgarage, indem ich alle geistige Kraft in der Stirn konzentriere und meine innere Vorstellung von der Fortbewegung nach allen Seiten ausbreite. Wie viel Uhr es ist, weiß ich nicht genau, aber in der Gasse sind keine Leute, auch fahren kaum Autos. Gemächlich trudle ich auf den Bürgersteig. Hinter mir das Rattern des sich schließenden Rollgitters. Ein besonderes Ziel habe ich nicht, deshalb fahre ich erst einmal in die leicht abschüssige Richtung nach Westen. Energie sparen. Eine junge Frau, die mit kurzen Schritten vorbeiläuft, schaut misstrauisch auf das Bett, sieht hoch zu der Stange mit den Infusionsbeuteln, blickt mir dann kurz in die Augen. Weiter nichts. Aber bitte sehr, wenn ich einen am Tropf hängenden Kranken träfe, auf Spazierfahrt in einem von selbst rollenden Bett, würde ich bestimmt auch nicht weiter dergleichen tun. So gleite ich eine Weile durch die Straßen, festgeschnallt auf meinem Eisenbett. Dabei stellt sich heraus, dass mich die Überwindung des Höhenunterschieds von Bürgersteig zu Fußgängerüberweg immer unerwartet viel Energie kostet. Weil mir das zu beschwerlich ist, fahre ich einfach auf der Straße weiter. An einer Gebäudeecke erwischt mich eine Böe. Am Fußende schlägt die Frotteedecke hoch. Ein frostiger Hauch, der geradewegs aus den Knochen zu steigen scheint. Die Beine wieder zudecken geht nicht, ich bin ja festgeschnallt. Das ist schlimm. Nicht wegen der Kälte. Die mag vergehen. Sondern wegen des üppigen Kressebewuchses an beiden Schienbeinen, die nun bloß liegen. Mit der bisherigen Interesselosigkeit der Passanten ist es nun wohl vorbei. In einem Augenblick bin ich von einem armen Kranken zum Monster geworden. Und die Passanten, die bisher kein Interesse gezeigt haben, sind nun, getrieben vom Drang zu lünchen, bestimmt fähig, mich totzuschlagen. Ich sammle meine ganze Konzentration, um das Bett irgendwo ins Abseits zu manövrieren. In meinem Übereifer bleibt es an der Bordsteinkante hängen und bewegt sich keinen Zoll mehr vor noch zurück. Jemand leuchtet mich mit einer Taschenlampe an. Ich bin erleichtert. Bestimmt ist es der Arzt oder die Sprechstundenhilfe. Endlich ist der lange Albtraum vorbei. Doch leider ist es weder der Arzt noch die Sprechstundenhilfe. Statt der Leuchtstoffdeckenbeleuchtung eine große Handlampe, ein weißer Bauarbeiterhelm. Ein Mann im Overall schaut auf mich herab. Die geröteten Augen verraten seinen Kater. Hier ist es gefährlich, Mann. In einer Stunde müssen hier die Laster rein und raus. Meinen Sie, ich stünde aus Vergnügen hier? Ja, meinen Sie, ich stehe aus Vergnügen hier. Peter Kner hat uns diese Episode aus Kobo Abes Roman, die Känguruhefte, vorgelesen. Eben dieser arme Kerl, der eines Tages Kresse aus den Beinen wachsen zieht und dann auf diese Irrfahrt geschickt wird. Ganz am Anfang seiner kleinen Odyssee, hier beobachtet von einem Bauarbeiter. Sabine Haupturs Widmer, für mich ist das nun wirklich eine dieser, ich muss es sagen, Stärken des Buches. Das ist auf eine ganz unglaublich exakte und für mich gescheite Art und Weise, diese Komik zu erzeugen. Denn ich finde, der Autor fällt auf keine einzige Falle herein, die ihm diese komischen Situationen eigentlich stellen könnten. Ein kleines Beispiel, diese Frau, die guckt nicht hin, sondern sie ist verlegen und guckt weg. Und dieser Bauarbeiter auch, der ist nicht überrascht, sondern sein Problem ist, da müssen nächstens die Lastwagen rein. Und das finde ich eine ganz hohe Schule des Umgangs mit diesen, ich möchte es mal sagen, Slapstick-Einfällen und Situationen. Ja, Slapstick, das erinnert natürlich etwas auch an den Film, an Komik, die im Film verwendet wird. Und ich meine, man könnte auch sagen, dass diese sehr starken, suggestiven Bilder, die bei der Schilderung dieser Schwefelhölle, dieser unterirdischen Welt, dann zum Tragen kommen, dass die natürlich auch sehr viel mit den filmischen Qualitäten des Buches zusammenhängen. Und vielleicht ist das auch eine Eigenart des Schreibens von Kobo Abe. Denn interessant ist ja auch, dass er durch einen Film berühmt wurde. Also durch die Verfilmung dieses Romans »Die Frau in den Dünen«, für das der Regisseur des Films Hiroshi Tishigarata 1964 sogar den Sonderpreis in Cannes erhielt. Und diese Geschichte des Insektenforschers in den Dünen ist natürlich auch lesbar wie eine existenzialistische Parabel. Aber Zentrum der Erzählung ist dort die untergründige erotische Spannung zwischen dem Mann Gefangenen in den Dünen und seiner Mitgefangenen. Und ich glaube, da haben wir dann auch zwei tragende Elemente, die auch eine Parallele bilden zu den Känguruheften. Also einerseits diese sehr poröse Wirklichkeit, überall sind Fallen und Löcher in der Wirklichkeit, durch die die Helden plötzlich hindurchstürzen, ganz unvorbereitet hindurchfallen. In eine andere, ganz verwirrende Welt. Also auch unser Patient hier auf dem Bett versteht eigentlich die Gesetze der Wirklichkeit nicht oder immer weniger. Und das zweite Element ist diese seltsame erotische Hilflosigkeit, die er an den Tag legt. Also der Held verliebt sich fast zufällig in eine Frau. Hier in den Känguruheften ist es eben die Sprechstundenhilfe. Und am Anfang scheint er gar nichts von seiner eigenen Verliebtheit zu bemerken. Also das geht so ganz beiläufig. Und dann entwickelt sich daraus eine regelrechte Obsession. Also nachher erblickt er alle möglichen Frauengesichter, auch Mädchengesichter und sieht darin immer wieder das eine dieser Sprechstundenhilfe. Und die Geliebte vervielfältigt sich, dann kommt ihm immer wieder in allen möglichen merkwürdigen Situationen unverhofft zur Hilfe. Aber er ist eigentlich ein Ausgelieferter. Er kann nicht handeln. Und ich habe mich auch gefragt, inwiefern dieses Buch auch ein bisschen zu lesen ist als die Erzählung des Ausgeliefertseins im Krankheitsfalle. Also er ist ja dem operierenden Arzt ausgeliefert, der Krankenschwester ausgeliefert, liegt festgeschnallt auf diesem Bett, kann sich nicht bewegen und reist in einer Art träumerischen Regression, aus der er halt immer wieder ganz brutal herausgerissen wird, in dieser merkwürdigen, löchrigen Wirklichkeit. Und das dargestellt in ganz großen, starken Bildern, die zum Teil eben diese Slaps, die Kobik haben. Ich denke, dass es genau das ist. So deliriert und träumt ein Schwerkranker im Spital vor sich hin. Und das ist ja auch sehr, sehr gut gemacht. Damit stößt sich eigentlich diese immer wieder, von Ihnen jetzt eigentlich eher positiv gesehene Sexualität in dem Buch. Hier in dem Buch denke ich, dass das nicht stimmt. Das hat mir so etwas, wenn Sie erlauben, fast etwas von Altmännerfantasien. Wie er bei jeder Krankenschwester, die an sein Bett tritt, meistens ist es die gleiche, sofort eine Erektion kriegt. Und ich kann Ihnen versichern, das tun Kranke nicht. Ich denke, eigentlich ist es erstens seine Krankenhausfantasie, zweitens seine Todesfantasie und dritten seine Fantasie über das japanische Arbeitsleben. Es fängt ja an damit, dass er einen unernsten Vorschlag in seiner Firma macht, nämlich Känguruhefte zu entwickeln. Etwas, was er sich selber überhaupt nicht besonders überlegt und wo er dann von der Firma gezwungen wird, das zu konkretisieren. Das ist aber auch schon der Anfang seines Endes. Und jetzt kann man die Kresse sehen, wie man will. Man kann sagen, die Natur bricht in die technisierte Arbeitswelt ein. Man kann auch sagen, er individualisiert sich. Er wird ein anderer. Er wird zum Monster. Er sagt es selber. Das japanische Arbeitsleben stößt ihn aus und das bedeutet offenbar dort, wie bei uns andeutungsweise ja auch schon, den sofortigen, sozialen und realen Tod. Der Tod ist also verursacht von einer bösen, inhumanen Arbeitswelt. Man sieht hier schon wieder, wie vielfach eben auf dieser Parabelebene sich diese reale Reise in den Tod eigentlich lesen lässt und deuten lässt. Und es gibt eine Stelle mal, wo die Figur zu sich selber sagt, so nahe beieinander liegt das Leben und der Tod, dass ich den Übergang sozusagen nicht bemerkt hätte, wenn ich jetzt tatsächlich schon im Jenseits wäre. Es ist also auch die Geschichte eines Mannes, der ein Leben lang so lebt, als ob er nicht sterben müsste. Das ist ja auch drin. Man lebt so bewusstlos vor sich hin und merkt gar nicht, wie einem die Lebenszeit entgleitet. Der Übergang ist ganz unmerklich geschehen. Also ich denke mir, man hat jetzt sicher gut gehört, Sabine Haupt, Urs Wiedmer, wie viel Lesefreude, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich das zusammenfassen darf, und auch Intensität der Lesearbeit dieses Buch einem bringt. Wie stark es einen dann überzeugt, da mag dann die eine von der anderen Meinung sich unterscheiden. Aber ich glaube, das ist für mich jedenfalls ein Musterbeispiel, wie eine ganz einfache Geschichte hoch aufgeladen ist mit vielen, vielen Potenzen dessen, was wir daraus lesen und verstehen können. Sabine Haupt, zum Schluss möchte ich Ihnen einen ganz speziellen Dank sagen, nicht, weil Urs Wiedmer weniger intensiv heute dabei gewesen wäre, sondern weil Sie zum letzten Mal für uns dabei gewesen sind, in dieser Dreiergruppe nach einem Jahr. Sie haben ganz neue Aufgaben übernommen. Sie leben in der Westschweiz. Es ist relativ aufwendig für Sie, hierher nach Zürich zu kommen, in die Sendung. Und von daher gesehen müssen wir, Urs Wiedmer und ich und unsere Hörerinnen und Hörer, Sie gezwungenermaßen natürlich voller Verständnis gehen lassen. Aber im Grunde genommen tun wir es natürlich nicht gern. Also vielen herzlichen Dank für diese zwölf Mal, die Sie dabei waren bei unseren 52 besten Büchern, für Ihre Lesearbeit und für Ihre Begeisterung, die immer bei aller Exaktheit der Analyse und bei aller analytischen Schärfe immer auch rauszuhören war. Ich danke auch. Das war's, meine Damen und Herren, für heute. Das Buch, um es nochmals zu sagen, von Kobo Abe, heißt in der deutschen Übersetzung die Känguruhefte. Aus dem Japanischen hat es Jürgen Stalf übersetzt und erschienen ist es bei Eichborn, wo ein halbes Dutzend anderer Werke von Kobo Abe auch auf Deutsch zu haben sind. Das war's, meine Damen und Herren, in den 52 besten Büchern. Es verabschieden sich von Ihnen Sabine Haupt, Urs Widmer und Harti Ruess. Und ein Hinweis, Sie hören diese Sendung noch einmal am nächsten Dienstagabend um 21 Uhr auf DRS 2. Danach in der Tribüne liest Peter Knär eine halbe Stunde aus dem Roman »Die Känguruhefte« von Kobo Abe vor. »Die Känguruhefte« von Kobo Abe vor.